Hallöchen meine Lieben, hier ist mal wieder Ronny die Warnweste und zwar haben wir ein richtig tolles Paket bekommen und zwar vom lieben Retourenholle. Folgt mal alle Retourenholle aus TikTok und jetzt zeigen wir euch, was in diesem Paket hier so drin ist. Lieben, ihr dürft natürlich alle immer reinschauen, ist ja ganz klar. Dankeschön für dieses Kabel, was ein Freund von mir sucht, wo ich gestern den ganzen Lachdachboden auf links gedreht habe dafür und es nicht hatte. Nochmal ein Kabel, ein weißes Paar Schlappen. Oh, eine Überwachungskamera, richtig geil, Dankeschön dafür. Meine letzten habe ich einem Freund gegeben, weil er die gebraucht hat, dann kann ich die ja hier installieren. Noch ein Netzteil, ist geil, Bleigieße. Da haben wir noch andere Sachen bekommen, wie hier diese Waschbeckenstöpsel, die ich sammle, nacken neuen Pinsel, diverse Ersatzteile, die ich als Bastler und Sammler immer gebrauchen kann. Sind mega coole Sachen mit dabei. Dann hier diesen Drucksprüher, so ein Teil zum Wäsche aufhängen. Zwei Handyhüllen, das Ding ist auch mal richtig cool. Besonders gefreut habe ich mich darüber, die brauche ich hier für mich. Das Ding ist auch richtig geil, das packe ich direkt nach dem Video aus. Und über diese Kamera bin ich mega dankbar, weil genau so eine suche ich nämlich. Vielen lieben Dank dir. Dann haben wir diese LED-Lichterkette bekommen, darüber freue ich mich auch, vielen Dank. Die Schuhe, die ich bei der günstigen gekauft habe, die lasse ich schwarz färben, wenn die dann ein Jahr halten, mega geil. Ja, Wasserhähne und Zeug liebe ich auch, diese Armatur in dem Design. Da müsste ich, wenn ich nämlich nicht täusche, sogar die Original-Vorderbrause dafür haben. Das ist natürlich Deko von meinem Regal, da habe ich mehrere. Abschließbarer Fenstergriff. Geil, Fenstergriffe liebe ich, vielen lieben Dank dir dafür. Was das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich denke mal irgendwas zum Schneiden oder so. Das hier müsste, glaube ich, eine Gardine sein. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen spooky. Der Spitzer hier ist ja mal geil. Das gehört zu dem Wäscheding, die ganzen Möbelfüße. Das gehört zum Wasserhahn. Okay, hier sind die ganzen Tagge ausgegangen. Was haben wir denn hier drin? Klebespray, geil, Alter, Dankeschön. Das kann ich auch brauchen, cool. Aus den Platten hier kann ich auch mega viel machen, richtig cool, Dankeschön. Das müsste, glaube ich, ein Temperaturfühler sein, oder? Das wäre natürlich auch praktisch, wenn wir wissen, nicht das war auch Armtemperatur, dass man weiß mit der scheiß Infrarotheizung, ob die auch funktioniert. Dankeschön, noch was vergessen, da war ja nochmal was mega cooles. Diese Bohrer, richtig cool, die kann ich auch gebrauchen. Vor allem der Pinsel ist nicht schlechter als Edelstahl. Mehr. Iris, vielen lieben Dank für das tolle Paket und die Unterstützung an mich. Macht weiter so. Und auch alle meine Zuschauerfans, Team Warnweste, schaut alle rein beim Retourenhalle. Da könnt ihr wirklich geile Schnäppchen machen. Egal ob von Kindern, von Erwachsenen, Haushalten, egal was ihr sucht. Ist immer was dabei. Auch ein mega unterhaltsames Live jedes Mal nur zu empfehlen. Vielen lieben Dank euch und bis bald. Vielen lieben Dank.